Hallo liebe Gäste und herzlich willkommen zurück auf AIDA Nova. Heute möchte ich Ihnen ein bisschen was von unserem Body- und Soul-Bereich zeigen, dem Fitness-, Sport- und Wellness-Bereich. Ich befinde mich momentan in der Saunalandschaft. Ein bisschen Fantasie ist noch nötig, um sich das vorzustellen, aber man kann schon ganz gut sehen, die Plätze, wo die Saunakabinen später eingebaut werden. Und insgesamt haben wir fünf Saunen an Bord der AIDA Nova, ein Terpedarium, ein Kaminzimmer, drei Outdoor-Jakuzzis, ein Innen-Jakuzzi und viele Dinge, die Sie auch schon von den anderen Schiffen kennen. 3.500 Quadratmeter, also ein bisschen größer als bisher. Aber wir haben natürlich auch ganz neue Dinge und davon möchte ich Ihnen jetzt etwas zeigen. Hinter mir sehen Sie zum Relaxen unsere drei Außen-Jakuzzis und wenn es noch ein bisschen mehr Entspannung sein soll, dann wählen Sie doch einfach aus unserem Riesen-Sparmenü. Ich glaube, es sind über 80 Anwendungen eine Anwendung aus. Oder buchen Sie die Wellness-Suite. Wir haben zwei davon auf der AIDA Nova und ganz neu auch zwei Außen-Sonneninseln, unsere beiden Cabanas, die Sie ganz exklusiv für sich haben können. Hier kommen wir jetzt vom großen Indoor-Fitnessbereich in den Outdoor-Fitnessbereich. Denn auf der AIDA Nova haben wir das erste Mal auch einen Fitnessbereich auf der Außenfläche unter freiem Himmel und mit Blick aufs Wasser. Sowohl Ausdauergeräte als auch Platz für Ihr Morning-Yoga steht hier bereit. Ja, meine Fantasie, die reicht noch nicht ganz, sich mich beim Morning-Yoga hier vorstellen zu können. Wenn es Ihnen genauso geht, dann schauen Sie das nächste Mal am besten wieder rein. Denn da geht es um die Kulinarik an Bord von AIDA Nova. Oh, yeah!